Mein Name ist Melanie Jahn und ich bin die Gruppenleiterin der Applikation Life Science bei Analytik Jena. Ich bin Birgit Wittenburg und bin seit ziemlich genau 30 Jahren bei der Analytik Jena beschäftigt. Hallo, ich bin Katharina Haft, bin 40 Jahre alt und habe hier in Jena Biologie studiert und auch promoviert und bin jetzt seit 2013 bei der Analytik Jena. Vielfalt bedeutet für mich, mit Menschen ganz unterschiedlichen Nationen und Kulturen zusammenzuarbeiten und das funktioniert bei der Analytik Jena ganz hervorragend. Vielfalt bei der Analytik Jena bedeutet für mich zum einen die Vielfalt der Aufgaben, die man hier hat, zum anderen aber auch die Vielfalt der Möglichkeiten, die sich einem bieten. Die Applikation arbeitet bei uns sehr eng mit dem Vertrieb und auch mit der Entwicklung zusammen, um gemeinsam die Vielfalt der Anforderungen unserer Kunden erstmal wahrzunehmen und diese dann halt auch zu automatisieren. Ich bin schon seit 2009 im Unternehmen und hatte mit der Position der Applikationsspezialistin insbesondere in den ersten Jahren die Möglichkeit, diese Kulturen auf verschiedenen Dienstreisen kennenzulernen. Diese weltweite Kollegialität hat mich gerade in meiner Anfangszeit bei der Analytik Jena sehr beeindruckt. Ja, ich habe diese Vielfalt quasi am eigenen Leib damals erfahren. Ich war die Nummer 13 in einem frisch gegründeten Unternehmen und wurde ursprünglich für den Vertrieb eingestellt. Ja, bald darauf ergab sich aber die Möglichkeit für mich, in ein frisches Team zu wechseln, in die Applikation. In der Applikation gab es sehr viel Spielraum zum Gestalten, den ich auch später dann in einer Rolle als Produktmanager und noch später als Leiter einer ganzen Produktabteilung auch ausleben konnte. Gerade die Vielfalt unserer Mitarbeiter in unserem Team ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, denn nur so gibt es ganz unterschiedliche Ideen und durch diese vielen Ideen und die unterschiedlichen Blickwinkeln können ganz tolle neue und kreative Dinge entstehen, mit denen wir unsere Kunden tagtäglich immer wieder aufs Neue begeistern können. Als Gruppenleiterin der Applikation kann ich meine Kolleginnen und Kollegen nur ermutigen, diese kulturelle Vielfalt in der Analytik Jena kennenzulernen. In der Applikation gibt es wie immer viele spannende Herausforderungen und es liegt auch mit an uns selbst, was wir daraus machen. In meinen 30 Jahren bei der Analytik Jena gab es nicht einen Tag, an dem mir langweilig war und ich wünsche mir einfach, dass es so bleibt. Die Analytik Jena ist ein sehr offenes und familienfreundliches Unternehmen und bietet Frauen eine sehr gute Perspektive an, auch in Führungspositionen. Für mich schafft die Analytik Jena die Rahmenbedingungen, sodass ich Familie und Beruf sehr gut vereinbaren kann. Für mich schafft die Haare für mich über Cannen